Eine Stimme heute vor dem Friedrichstadt-Palast und das nicht ohne Grund, denn hier wird der Quatsch-Comedy-Club gedreht und wir haben einen seiner Künstler zu Gast. Herzlich willkommen Benni. Hi. Viele Teile deines Bühnenprogramms oder deiner Auftritte beziehen sich ja auf Dinge oder Situationen, die du in deinem persönlichen Alltag beobachtest. Wenn du jetzt diese ausführlich durchgeführte Beobachtungsgabe mal auf den Wahlkampf anwendest oder beziehungsweise auf die aktuelle Parteienpolitik, was wäre zum Beispiel das Allerschlimmste, woraus man jetzt ein Abendprogramm gestalten könnte? Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, man sieht überhaupt keine Themen. Es wird alles so ein bisschen umschifft und umgangen und sobald irgendein Thema aufkommt, wird auch alles dafür getan, dass es schnell wieder verschwindet, was ein bisschen schade ist, weil man denkt, es gibt schon das eine oder andere Thema, wo man sich gerne ein bisschen mit beschäftigen würde. Sachen, die auch dann teilweise nur noch in den Medien vorkommen, wo dann aber von Seiten der Politik her überhaupt nichts mehr kommt. Also ganz klar, zur Zeit, was aktuell ist, ist natürlich NSA, die ganze NSA-Geschichte, große Spä-Affäre, aber so von Seiten der Regierung zum Beispiel kommt ja auch nichts, wo man gerne mal hören würde, wie steht ihr dazu, wie läuft das, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich denke, medial ist es präsent auf jeden Fall, aber einfach von Seiten der Politik könnte da definitiv ein bisschen was kommen, ein bisschen Information. Da bin ich ehrlich gesagt relativ überrascht, wie leicht sie dort offensichtlich immer aus der Sache rauskommen. Hast du das Gefühl, du mit deiner Stimme kannst da richtig Einfluss nehmen? Also zugegeben, man hat nicht wirklich das Gefühl, dass man Einfluss nehmen kann, aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur so ein Gefühl. Ich weiß, dass ziemlich viele Leute sagen, dass sie das Gefühl haben, wenn sie wählen gehen, ändert es nichts. Und ich denke aber manchmal, man weiß es gar nicht so richtig zu schätzen, dass wir überhaupt die Wahl haben. Es ist ja nicht so, als würde es uns wahnsinnig schlecht gehen, sind wir mal ehrlich, und ich finde schon, dass man dafür einiges tun kann. Und wenn es jetzt heißt, sonntags mal kurz ins Wahllokal und ein Kreuz machen, ganz ehrlich, das kriegt man hin. Glaube ich, wie gesagt, immer noch besser als gar nicht wählen und dann anderen Parteien die Möglichkeit zu geben, was ganz anderes aus diesem Land zu machen. Was ja auch nicht das erste Mal wäre. Was ich noch sehr spannend fand, du hast vorhin erzählt, du bist in Berlin geboren, ja auch in Friedrichshain und dann hast du deine Jugend in Hohenschönhausen verbracht. Ein Viertel, was ja oft gerade, wenn man jetzt in Wahlkampfzeiten durchfährt, dadurch ausfällt, dass es besonders die Randparteien rechts wie links dort groß beworben werden. Das heißt, dass die soziale Realität da anders aussieht. Siehst du da, weiß ich nicht, speziellen Handlungsbedarf oder sind das zum Beispiel so Viertel, die politisch überhaupt nicht angegangen werden oder wenn dann nicht richtig? Wenn man dort aufwächst, dann ist das ja erstmal Alltag für einen, das ist normal. Man denkt jetzt nicht, hier hängen ja erstaunlich viele NPD-Plakate rum. Das ist dann eher etwas, was einem später auffällt, wenn man dann mal ein bisschen rauskommt aus der Gegend und vielleicht auch mal woanders gewohnt hat. Also in Hohenschönhausen ist es zum Beispiel so, dass es einen relativ hohen Ausländeranteil gibt. Sehr viele Russen, sehr viele ehemalige Flüchtlinge aus dem Kosovo. Und dass Leute, die dann dort wohnen und vorher dort schon gewohnt haben, die jetzt sagen wir mal schon eher soziale Unterschiede sind, die es jetzt betrifft, sich dann total bedroht fühlen und denken, ja das sind alles Ausländer, die kommen hierher, die wollen unsere Arbeit, die wollen unser Geld. Ich glaube, wenn man diesen Leuten verständlich machen kann, die kommen nicht zum Spaß hierher und die kommen nicht hierher, um dir deinen Job wegzunehmen. Es gibt ja auch Ausländer in anderen Bezirken, wo die Leute weniger ein Problem damit haben, weil sie es verstehen, weil sie die Hintergründe verstehen und weil sie nicht denken, das wären irgendwelche Parasiten oder so. Gibt es denn ein Thema in den aktuellen Diskussionen oder in der Parteienpolitik, was für dich eine Partei völlig unwählbar machen würde? Man muss halt Kompromisse eingehen, klar. Also wenn ich sage, ich wähle SPD, dann heißt das nicht, dass ich 100 Prozent der Dinge, die die SPD vorschlägt und vorhat, auch gut finde und genauso für den Punkt, wenn ich sage, ich wähle CDU oder FDP, das soll es ja geben, dass ich alles gut finde, was sie machen. Klar, es sind halt Kompromisse. Aber grundsätzlich etwas, was Parteien absolut unwählbar machen, sind halt grundsätzlich Schwulenfeindlichkeit wäre definitiv sowas, wo man ganz klar sagen muss, das geht nicht, das gehört nicht in dieses Land, erst recht nicht in diese Zeit. Ausländerfeindlichkeit überhaupt, grundsätzlich was einfach Diskriminierung angeht, da ist auf jeden Fall vorbei. Also das ist ein Thema, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Auf jeden Fall danken wir dir für das spannende Interview. Ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitung für die Bühnentour. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.